So, dann schieß mich mal. Ich meinte, ich ziele erst mal. Ja. Hat das was gemacht? Weiß nicht. Nee. Doch, einer. Hat geklappt. So. Und jetzt nochmal? Naja. Der eine, der daneben, der ist besser. Der geht, ähm, genau. Warte. Der geht die Tür gleich auf. Vielleicht sollte ich dir zeigen. Okay. War noch nicht ganz gut gezielt. Ah. Ich war noch nicht fertig mit Zielen eigentlich. Okay. Ja. So, jetzt. Ah, scheiße. Warten wir noch kurz ein bisschen. Ja, ja, klar. Jetzt. Ah, war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Moment. Moment. Jetzt. Ja. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir den anderen. Den dritten dahinter auch jetzt, oder? Ja, wirklich. Wie? Ja, ist die Frage, kommt man durch das Gitter irgendwie durch, oder? Ah, nee. Ah. Pff. Pff. Du bist echt daran so weit, wie du bist. Ich bin hier ernst nicht, ey. Warte doch erst mal. Ey, lass mich doch erst ziehen. Ich dachte, ich... Ich müsste das ran. Oh, fassbar. Oh, nein. Ja, okay. Oh, Gott. So, warte mal. Ähm. Wie geht das? Oh, schwer zu sagen, ob das treffen kann. Oh. Ähm. Ja, aber wie? Soll das gehen? Bin mir halt noch nicht sicher. Ähm. Geh doch rein, da. Äh, ich meinte mich, aber ist sicher. Ich weiß nicht, was... Hä? Es gibt immer schon die Gitter, aber was denn hier noch? Kann man hier was mitmachen? Nee, nee. Wie kommen wir denn da hin? Gitter müssen irgendwie weg. Hier ist ja nichts. Was ist denn, wenn man hier runterspringt? Ja, dann... Dann ist man tot. Ja, genau. Aber warte mal, weißt du, was du machen könntest? Wenn du mich nach rechts schießt? Warte mal. Ja, ich hab mir gerade auch sowas überlegt. Also quasi hierhin? Über Bande. Ah, nee. Geht nicht. Okay? Äh. Finden wir denn... Nee, über Bande geht ja nicht. Da, mit dem Aussprache unterbringt ja auch nichts, ne? Weißt du nicht. Mach mal. Nee. Äh. Warte mal. Jetzt nicht schießen. Kann ich an den da oben? Nee, den kann man nicht an. Scheiße. Kann man da drüber? Über das... Nee, nee. Das mit der Umsparung muss doch... Nee. Oder muss man da wirklich irgendwie genau durchpassen? Probier noch mal. Mh. Trifft immer die Gitarre. Kannst du bei dem... Warte mal. Die Aussparung... Ja. Kannst du dann lenken während dem Fliegen? Oh, das kommt schon natürlich schon nicht mehr. Kannst du es mal leichter durchschießt und... Lass du halt da direkt so ein bisschen links und oben. Nur ein bisschen hoch. Und dass, wenn ich dich da jetzt abschieße, dass du dann nach links lenken kannst, wenn du ihn kriegst. Probieren. Ja, das geht. Ah, okay. Dann müssen wir nur ein bisschen, ähm... Bisschen weiter... Warte. Geh doch rein. Was ist denn mit dir? Äh, ein bisschen weiter rüber. So. Oh ja. Oh ja. Yes. Bon, bon. Bon. Reicht das, wenn wir das jetzt einmal machen, oder wie viele Bälle wollen die da haben? Ich hoffe, es reicht einmal. Ist das hübsch. Aber ein bisschen vor, gerade wie bei einem Lieblingsmusical. Okay, was ist jetzt? Achso, da geht die Kugel weiter. Oh, oh. Äh. Cody, steck auf! Oh, ja. Ich dachte, ich wäre drauf. Alles klar. Ah, entspann dich. Okay. Ja. Ich stehe. Du bist rechts, links. Äh? Okay, ich hab's. Gut. Pass auf! Cody, pass auf! Ja, ist gut. Ich hab ihn. Nee! Na ja! Achso, muss hier drauf. Okay. Warte mal. Sag mal. und sollte die kugel hier hingespuckt jetzt habe ich die kugel in der hand du musst mir die geben mal gucken dass wir ein richtiges timing finden hier ja wo war ein ansatz jetzt jetzt so ich los gelassen komme ich jetzt wieder hier ran sich da jetzt noch aber wahrscheinlich fertig jetzt kann ich an das ding nicht mehr und wo muss der jetzt hin keine ahnung ich komme jetzt nicht mehr darüber ich habe die schneider hier kann ich ja nichts mehr machen so ja du musst zu mir rüber ja aber meine schaukel geht nicht mehr ich kann mich nicht mehr an die schaukel hängen dann musst du über die ballons gehen ballons so dann ja ich zieh ok wir haben eingemacht ja danke sehr nichts wie ins schloss das weg der trend ming ming Die Schienen sind zu Ende. Oh nein, das habe ich vergessen. Ich habe die Strecke niemals fertig gemacht. Okay. Ja, läuft. Direkt zum Schloss, ja? Ja, genau so war es geplant. Siehst du? Das Schloss. Hey, die Elefantenkönigin, da oben ist sie. Ja, das Tor kann nicht weit sein. Oh, die ist so süß. Ja, das nehmen wir jetzt einfach durch hier. Raus. Wow, ihr beide habt das alles gebaut? Allerdings. Gar nicht übel, Cody. Gar nicht so übel. Nee, brech aus. Halt dich fest. Ja, toll. Geht es? Probieren wir es noch einmal. Oh, meine Güte. Voll lustig, die wurden hier. Blöde Klebepistolen! Nicht schon wieder! Oh. Ich bin gerade durch den Kuchen gelatscht. Oh, ho, ho, ho! Puh. Komm schon. Letztes Mal. Ich glaube, den kann man nicht helfen. Aber ich bin durch den Kuchen gelatscht. Das war nicht so gut, glaube ich. Ja. Ich bin durch den Kuchen gelatscht. Oh, wie cool. Ich drücke den Vogel, um ihn zum Singen zu bringen. Okay. Mein Vogel wird gewinnen. Was auch immer, mein Vogel ist besser als deiner. Tja, meiner ist niedlicher. Äh, der Vogel ist da. Ähm. Ah. Eie. Ganz genau. Locker. Ach, so das Spiel, Michael. Langsam komme ich in den Rhythmus. Gitter, Jero. Ja. Bring den Sieg nach Hause. Komm schon. Haha. Boah, hallo. Hast du geschafft, Würdechen. Äh, ich hatte null? Ach, nein. Oh, ich weiß warum. Ich war mit den Fingern auf den falschen Tast. Ah, ha, 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 ha. Ja, okay. Das, äh, ja. Nochmal? Ja, komm. Ich will, ich will wenigstens einmal. Also, das ist, als es nicht so aussieht, dass ich komplett unfähig bin. Ich muss mich auswärmen. Das war sehr lustig. Das war sehr lustig. Das war sehr lustig. Moin, 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 moin. Da kriege ich jetzt keinen. Ja. Was geht denn? Ich kriege keine Punkte. Bist du auf die falschen Tassen jetzt? Du hast auch keinen. Ich weiß, ich habe 23 Punkte. Bei mir nicht, wenn wir null. Wenn die Tagesung abtüren. Okay. Äh, ich verstanden habe ich das jetzt nicht, warum der... Naja, egal. Oder gegen die Punkte dann beim anderen irgendwie runter, dann... Ja, ich weiß es nicht. So, wo ist der Elefant? Aber der Kuchen ist immer, dass der matscht. Ups. Oh, hier ist der Stecker, den muss ich wohl mal einstöpseln. Ehe. Das macht alles hier gleich schicken. Ach so, der macht hier Ballons. Ja, aber... Äh, okay. Oh wow, du hast sogar eine Eisenbahnstrecke gebaut. Oh ja, und auf ihr gibt es nicht. Das schießt immer wieder neue Ballons raus. Oh, sieh dir nur diese Auswahl an Farben an. Die da oben dann kaputt gehen. Kann das sein, dass man über so einen Ballon rüber muss? Kann ich hier drauf? Ich weiß nicht, ich komme nicht auf den Ballon. Oder kann ich den... Weil das mit dem Ballon muss ja einen Sinn machen. Ich komme da nicht dran. Was willst du gerade? Alles klar, Kumpel. Holen wir dich da raus. Hab Gott, keine Ahnung. Oh, ist das dein Ärger? Okay, dieses Mal zieh dich. Wo kann man denn mit denen hinziehen? Das ist gar nicht, wo ich eigentlich hin muss. Nee, das ist doch gerade... Okay, komm mal hier über die Zugbrücke drüber. Ja, du hast drüber, ne? Also ja, F, genau. Das Tor ist versperrt. Es muss einen Weg hineingeben. Das ist da drüben, muss das Schloss-Tor sein. Ah. Was kann ich denn da jetzt nehmen mit dem... Bowling-Kugel? Oh, das ist so ein tolles Gefühl. Oh, das ist so ein tolles Gefühl. Ja, da hätte ich Spaß gemacht. Wann bringt man das jetzt? Wir haben hier diesen großen... Ah, okay. Ah, wir können. Hey Cody, du hast nach der Runde Bowling? Äh, du bist verrückt. Oh, okay, warte. Das ist mal hier. Ist das Ding lang genug? Ich hoffe. Okay, wir müssen schwingen. Ich glaube, das ist nicht lang genug. Abwarten. Doch, das passt. Ah, doch. Alles durcheinander gebracht hier. Ja, ja, wir sind nur hier wegen des Elefanten. Welch eine Beleidigung gegenüber Phanty der Dritten, Königin des magischen Schlosses, oder Kurze? Ihre Majestät. Oh ja, wir meinen natürlich Ihren. Majestät, könnt ihr uns zu ihr führen? Es eilt etwas. Die Königin gewährt dem Bauernvolk keine Audienz. Bauern? Wow, wow, Vorsicht. Wen nennst du Bauernkumpel? Ha? Ich hab das Schloss hier kreiert. Ja? Von mir kommt sogar das Wort magisches Schloss. Also ohne mich wärst du noch nicht einmal... Okay, okay, jetzt bin nennlich. Entschuldigt meinen Untergebenen vielmals. Untergebenen? Untergebenen, ja. Wir sind Botschafter aus einem sehr weit entfernten Land und bringen einen Brief von höchster Wichtigkeit für eure Majestät. Dann händigt ihn mir aus. Oh, tja, wir, ähm, müssen ihn ihrer Majestät persönlich geben. Hm, warum? Ha! Weil sie ihre Majestät töten wollen. Was? Nein! Spricht du die Wahrheit? Natürlich! Ich bin kein Lügner. Ich bin Dr. Hakim, das Buch der Wahrheit. Stets ihrer Majestät verpflichtet. Der edlen Fanti, der dritten Königin des magischen Schlosses. Wirst du auf dich einzuschmeicheln? Ignoriert diesen Blödsinn! Er ist verrückt! Loco! Er lügt nur! Ach ja? Und wieso zeigt ihr dann nicht einfach euren Brief der Majestät? Ja, vielleicht mach ich's ja! Also, die Sache mit dem Brief ist leider kompliziert. Ah, seht ihr? Denn es gibt nämlich keinen Brief. Fall gelöst! Wo? Nehmt sie gefangen! Das ist ne Klosschüssel. Hab mich nie besser gefühlt. Cody, wieso musstest du einen Kerker bauen? Naja, weil in allen Schlössern nun mal auch Kerker sind. Entschuldige, hab ich mir nicht ausgedacht. Hey! Hört uns hier jemand? Hallo! Hallo! Glücklicherweise. Bist du nicht der Ingenieur in der Familie? Kannst du das lassen? Was soll das? Das ist von mir. Ja, ist nicht zu übersehen. Die Toilette hat keine Abwasserrohre. Ja, es ist ja auch ein Spielzeugschloss. Und Spielzeug muss nicht auf die Toilette. Ja. Du bist ein Ingenieur in der Familie. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, da du der Erbauer bist. Wo müssen wir lang? Na, hier rechts lang. Wachen! Folgen wir, schnell! Na, komm! Oh, ich kann nicht mehr. Oh, Gott! krass eisgeschossen ich habe coole magierkräfte ein magisches schloss das könnte lustig werden aber die sind wow Oh Oh, sind wir beide tot. Ja, ich war dumm. Danke für die Lava, May! Wie hast du denn das aktiviert, das Ding? Ja, ich hab mich einfach auf die Platte gestellt, aber hier ist aber keine Tür. Dann machst du einen gefrierer Angriff und gehst da drüber. Moment. Mach das mal. Ähm, was hab ich denn noch hier für Angriff? Oh, super. Moment. Warum bietet der hier den gefrierer Angriff an? Weiß es nicht. Oh, Moment. Naja. Vielleicht musst du... Ich dachte, ich könnte doch vielleicht... aber der... kann ja auch mal gerade stehen, ne? Kann ja nicht. So. Ja, das meinte ich. Genau. Ja, das wollte ich so einfach. Okay. Okay. Oh. Hm. Äh. Warte, ich kann nicht... Hier komm ich nicht durch, ne? Doch, ich komm da durch. Hm. Da! Das war... Moment. Jetzt bist du runter gegangen. Deswegen war das schlecht. Ja, ja. Weil ich den Typen auf mich geschossen hab. Und drüben. Okay. Okay. Ich guck mich hier erst mal erwillen. So, jetzt müssen wir wohl wieder den Tings Angriff. Ich muss darüber... Da steht aber kein Gefrierankraft dabei. Aber... Du musst, glaub ich, immer einmal Feier hochholen, damit ich das frieren... entfrieren können. Bäh. Ne, das muss. Ah! Ja. Oh, okay. Ja, nee. Das kann ich da einfach so rüber springen. Aber... Ich kann ja gar nicht mehr springen. Das ist ja das Ding. Kann sich hier drüben. Ja, da musst du gefrieren. Da drüben musst du gefrieren. Aber hier... Ja, da nachher, wo ich jetzt da bin. Ja gut, aber... Ich muss ja erst mal da hinkommen. Gefriert! Ich komm bis hier hin. Ne, das hilft ja nichts. Ne. Kann ich mich darüber teleportieren? Ich muss das versuchen. Ne. 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 Ich wieder da... Schüsse... Woanders rum? Du kannst hier kein Feuer, Dings, machen, das ich nutzen könnte. Du kannst doch nachher die anderen übergefrieren, aber hier nicht. Ja, aber... Wir kommen doch hier nicht mehr raus. Was ist denn da noch, wo du bist? Ist da noch nichts mehr? Was ist denn da noch? Unten am Rand oder so? Da die... ne? Ne, ok. Hier wird es kaputt gemacht, aber das hilft hier wohl auch nichts. Ich kann da nicht... keine Brücke machen. Schwierig. Und du kommst da hinten auch nicht weiter, ne? Da hinten brauche ich dich zum Gefrieren. Ja, ja, das ist mir schon klar, nur... Aber hier noch irgendwas? Ne... Ach so, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich spieg die... Oh. Na, bleib du mal da. Ja, ja, ich brücke ja hier. Scheiße! Ich mach die Ansicht hier ein bisschen... So. So. Dann gehen wir mal rüber. Okay. Jawoll. Dann gefrieren wir. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Rüber, oder? Scheiße. Äh, Scheiße. Na gut, ich hoffe, ich komm da hinten hoch. Scheiße, da bist du nicht der Einzige war hier. Scheiße. Okay, ich bin da. Für einen Hochzauberer. Ach, ich bin tot. Aber ich hoffe, wir kommen genau an der Stelle wieder raus. Ich auch. Ja. Okay, dann kümmerst du dich um den und ich kümmere mich um die anderen Minis. So, ich... Zielen ist total schild. Aua. Ja. Ah. Äh. Äh. Oh. Au, au. Tot. Soll ich denn jetzt bitte die Hölle heiß machen? Kommt ihr die Pfeile, weil ihr... Scheiße. Ah, hier hat es... Schnapp es hier, Cody! Oh, ich muss hier... Ah, hier hat es noch... Ah, ich prozesse. Ah. Ach so, ich höre bei den nächsten. Ah, ich bin tot. Ja. Äh, komm rein. Ah. Ah. Go, 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 go. Ah. 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 ja ich habe auch manchmal das problem dass ich dadurch zu kommen die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017